da er immer an und herzlich willkommen zu einer neuen aufnahme fern muss aber jetzt weg ja du hast aber noch eine vierte Stunde Zeit hast du gerade gesagt nein nein wir müssen jetzt den Sporn finden und Salah töten auf jeden Fall Wixler Wixler ich muss doch jetzt weg ne hey wieso musst du jetzt in dieser vierte Stunde noch weil es dunkel wird ja und hast du Angst vor dem Dunkel werden schon ja okay von so einer Skala von 1 bis 10 auch von schwarzen oder eher nicht so acht will ich schon so ne klappt der acht ich weiß nicht mehr ganz genau wo das vor ne klappt der acht ist drinnen ich hoffe der ist hier irgendwo in der Richtung neiiiiiiiin hä? Salah Game lief die ganze und dreht er wieder bei oder wie ist bam 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 ja ich als bester YouTuber in diesem Projekt ich als zweitbester YouTuber in diesem Projekt du bist ja eigentlich jetzt gar nicht in dem Projekt warum leicht erklär mal ganz kurz für die Zuschauer ich bin zu ihm das ist die Sturm in welchem 2 gehst und warte mal wie viel Kills ist noch nicht aber ich habe ja noch genug Zeit einzuhören gehen wow du bist krass worum geht es in dem Spiel eigentlich um sollte killen oder um zu überleben wer ist denn dann am Ende der Gewinner hab ich kurz vergessen kannst es ganz kurz was was dann nicht werden die nichts was hä wieso kann ich die dabei nicht nehmen ah jetzt keine Ahnung halt gebackt wo ist jetzt die Mitte hier ist ne Berg ich glaube ich bin nicht so weit weg von der Mitte ich glaube ich bin eher so bisschen meine ENAH ENAH wir haben hier jetzt eine Folge Zeit haben sie zu suchen Lalalaa Prozent Lernl bei er auch was man sich sagen ist es ist das Problem dass nicht alle rechtzeitig aufnehmen die um ein Bucher Jetzt lass ich mal sehen, damit das ein richtiges Gefühl ist. Spaß, was? Ja, genau, genau. Das klingt wunderschön. Wie ein Eichnirchen, das gerade abgestochen wird. So groß ist die Bar-Romebier gar nicht, also das darf man nicht überschätzen. Es gibt einen Birkenwald, es gibt einen, war doch in einer anderen Richtung, ein Schwarz-Eichenwald. Aber sonst? Was gibt's denn sonst noch im Leben? Ein XP, war hier jemand. Egal, für Salagam muss ich mir, glaube ich, nicht so Sorgen machen. Weil in der ersten Folge hat's gepackt bei ihm. Ist natürlich jetzt nicht seine Schuld. Ich habe mir 10 Kilo in meinen Kopf getan. Ich habe mir 10 Kilo Kokaina in meinen Kopf getan. Hast du dir auch 10 Kilo in deinen Kopf reingetan? Ja. Wenn er hat, dann kommt er jetzt bauen. Meine Aufgabe ist, es ist immer noch ein schönes Haus hier zu bauen. Ja. 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 gerda ruppertel. CoB. Moeen Leute. Moeen. ein Händler ein Geld in die GmbH Prozent als erster A ich heiße aber welchen Team ich bin aber ich gut mein Team ist ja leider gestorben das nicht warum es genau gibt es vielleicht war es richtig gut das ist ja richtig gut gewesen oder der war nicht sicher Nice. Hatte... Was? Hatte dann gegen einen Creeper gekämpft und gewonnen. Ja. Liesst du eigentlich eine Hand aufs Maul, also sei ruhig. Ähm, ja. Okay, vielleicht wird er uns jetzt erwarten. Schau mal da nach hinten, da hat irgendjemand was gebaut. Vielleicht war das ja... Salad Game. So, wo war das jetzt genau? Irgendwo auf den Bäumen oben. Nice. Das sind pure Skills, Leute. So spielen wirklich nur die Besten. Und ich frage mich, ob da vielleicht ein Team geliebt hat oder eine andere Team da jetzt und darum es gebaut hat, in der Arena zu kämpfen. Und wenn ich da jetzt reingehe... Ja, nicht will mir was kaufen. Geh... Geh... Ich bin jetzt weg, okay? Ja. Oder willst du eine ausmachen? Ja. Ich hab' irgendwie das... Du bist eigentlich Schläger... Kann's er jetzt so... Ja. Willst du eigentlich mehr blasen? Es sind ja keine Fallenerlaub und Italiener Waffen vorstellen. Willst du mehr blasen? Aber... ich hab schon dreitausend aufrufen insgesamt ich hab glaube ich mit dem ein Video über 20.000 so 30.040 nein ich bin ein dritt am 11.5. 2014 wow die gibt es jetzt auch schon zwei Jahre oha 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 wir schreiben hallo ich hatte mal mit 14 Jahren mein Kanal von der Spannung und sehr aufwendung diese Formate mache ich diese Formate bis jetzt sehe ich hast du da geschrieben oder äh machen betreibe mache ich hey lol warum ist es nicht mehr da hier oder sieben die Dornar kuhl mehr als du erlaubst die Arnie aus mir nicht mehr und verhandeln ein Jahr warum schreibt jemand in meinen Diskussionen hey ich wollte dich etwas sagen ob die Männer und an den Mann und ist er kann so bei einer flugel nie wer hat geschrieben dass bei kulturer und zu 90 klingt wie ein einfach lb super zufrieden frisch und cool ach in deinem banner steht das immer noch ok cool du bist ne Wixer wieso? weil du schon immer selbstverliebt hast ich bin auch einfach der beste was soll man machen habe ich geschrieben du 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 immer alles was ich schreibe hundertprozentig ernst so nach fünfminuten zeit länger und dritten zu machen h n n n n die so ist es schon mal beim Papier ab und schlussiert hat auskommt da kann man kommt hier raus das ist halt man steht nicht in St wenn ich jetzt da die Schläger anherst m m schießt beschießt nicht du aber dauer hey komm her komm her komm her Junge oh scheiße wenn ich jetzt sterbe wenn ich jetzt sterbe bringe ich mich um nein ich bin so dumm ich bin so dumm ich sterbe wo bist du nein ich bin so dumm wegen was weil ich eine Falle gemacht habe und dann eigens durch bin oh mein Gott du bist so gestört ja wir sind bei den richtig dummen Ton gestorben ja 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 Leute ich hoffe das Video hat nicht gefallen bis zum nächsten Mal ciao